So meine Lieben, ich habe jetzt schon mal die Auswertung vorwärts fertig. Wir fangen an mit 1,14. Bin da, dann geht es weiter bei 1,44 mit einem Wort Octopus. Dann geht es weiter bei 2,39, da kommt Detlev, Detlev, Detlev. Dann geht es weiter bei 5,5,20, kommt, naja, das ist, wo ich jetzt finde, Bob. Dann geht es weiter bei 6,42, da kommt, ja, da kommt, ja, da kommt, klopft, 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 klopft. Hatte ich vorhin gefragt, ob er geklopft hat, da kam die Antwort, ja, dann geht es weiter bei 8,33. Ich höre, ich höre, dann geht es weiter bei 9,48. Immer auf den Willi. Dann geht es weiter bei 10,55. Dann geht es weiter bei 11,55. Hilfe. Weiter geht es bei 12,28. 11,55. Weiter geht es bei 17,05. Da habe ich ganz komische Kopfgeräusche aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich kann auch gerne was lauter machen. Ich versuche mal was lauter zu machen. Das waren die Kopfgeräusche. Weiter geht es bei 21,33. Da habe ich herausgehört, bin es. Bin es. Dann geht es weiter bei 25,09. Das ist ein bisschen zu laut jetzt. Da kam immer wieder. Da möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Da habe ich mich bedanken. Da habe ich mich schon bedankt und dann habe ich mich verabschiedet. Und dann zum guten Schluss bei 26,02. Bei und nochmal bei. Das war die Auswertung vorwärts. Ich werde gleich im Anschluss die Auswertung rückwärts machen und dann auch noch filmen. Also bleibt dran. So, weiter geht es hier mit die Auswertung rückwärts. Wir beginnen mit 0,21. Ich höre. Dann geht es weiter mit 0,32. zessig. Arsch. Jo... Weiter geht es mit bei 1,02. Dann kommt wieder zur Fahr. Bei 2,0 geht es weiter mit Ich. Ich. Dann bei 2,38. Es geht bald los. Weiter geht es bei 2,42. Silvia. Weiter geht es bei 3,43. Wer ist da? Dann bei 3,54. Da kommt hinter dir. Bei 4,31. Kommt zu Hause. Weiter geht es bei 7,7. Dann kommt der Name. Yvonne. Weiter bei 8,30. Ich hole dich. Weiter geht es bei 14,04. Bei 14,04. Kommt zu etwas. Bei 14,17. Hallo. Weiter geht es mit 18,1. Da kommt Jörg, 14. Weiter geht es mit 19,02. Zettel. Dann bei 19,48. Kommt gut. Ganz kurz nur. Und zum guten Schluss. bei 22,38. Bei 22,38. Hallo. 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 Meine Lieben. Das war die Auswertung rückwärts. Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye.